Guten Abend, guten Tag oder guten weißer Geier, wann du dieses Video gerade schaust. Willkommen bei uns auf dem Kanal, willkommen bei Benny und Steve. Wir spielen heute für dich den Tender Cut. Und bei mir, ihr wisst es natürlich, ist der sensationelle, aus den 20 Jahren gerade gekommene Benni. Yes. Hallöchen. Grüß dich. Du kennst die Frage, die jetzt kommt, Tender Cut? Nope, kenn ich nicht. Kennst du nicht? Dann würde ich einfach mal sagen, schau mal rein. Okay. Ah, das neuestes Programm ist Arte, läuft gerade. Der Typ steht auf dem Balkon, raucht eine. Oh, oh. Alter. Immer wieder. Alter, Alter, Alter. Oh, ich steh mich mal hin. So, was sollen wir denn jetzt hier tun? Was sollen wir hier tun? Was sollen wir tun? Okay, mal bitte. Eine Kippe. Okay. Und? Feuerzeug? Nice. Kids, don't try this at home. Schön, schön. 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 Ja, setzt mich da hin und hoch dabei erstmal hin. Aber das ist nicht hier noch. So, hier haben wir... Oh, kann ich jetzt... Kann ich nehmen? Ah, okay. Kann ich denn die Lampe an, Mann? Ja. Oder? Oh, schön. Was ist denn das hier? Ist das denn Glory Hole? Okay. 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 Kann man machen. Kann man machen. Kinder, macht das auf jeden Fall nicht zu Hause. Also... Kannst du die jetzt auch wieder rausnehmen? Ah, kann sich um einsetzen. Kann ich besitze mich mal noch hin? Ja, was? Kann ich die nehmen? Ja, kann ich nehmen. Okay. Was ist denn das, Alter? Warte mal kurz. Warte mal, kann ich anscheinend ablegen? Halt, klick's immer ab hier. So, was ist das? Kann ich das hier nehmen? Was ist denn das? Nee, das wird wahrscheinlich hier, wo das Bild dran hängen. Genau. Okay. So, was haben wir denn noch? Hier liegt ein Buch rum. Oui, on est prêt. Ja. Ey, kannst du, kannst du Französisch spenden? Nein. Ich nehme ich auch nicht. Das ist gut. Schön. Achso, warte mal hier hin. Lacken ab. Okay, warte mal. Hä? Hä? Was? Hä? Was hat denn jetzt auf einmal? Auf jeden Fall ist er zugeschlossen. Das kam von oben. Also, keine Ahnung. So, warte. Ah, guck mal. Guck mal. Ein Schlüssel. Tja. Wollen wir mal gucken, was da drin ist? Ich kann diese Szene ja nicht mit angucken. Kann ich mich, kann ich mich crouchen oder irgendwas? Das ist ein wirklich schmissendes Ding. Hä? Was ist das? Na, ob da? Okay. Können wir die jetzt fangen? Fang sie! Bip! Achso, kannst du nur anfassen. Bip! Warte mal, kann ich dir Fenster aufmachen? Ich mach mal Fenster auf. Sollen wir sie freilassen? Vielleicht? Wo ist es hin? Da. Ah, okay. Sieht so ein bisschen aus, äh, ist das hier auch so in so'n... Wie heißt denn das hier so in so'n... Wie hieß denn dieser Nachtfalter Monarch oder auch so was? Äh, von Schwein der Lämmer? Wo so mit so'n Totenschädel hinfrofen? Ach, ja. Ja, stimmt. Flieg in die Freiheit! Deiner Freund, flieg! Oh! Nochmal, Abstecher, ich mach dir. Nein, flieg doch nie wieder hin! Oh, ist das nid? Oh, was ist denn da noch für, 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 für'n Bild? Na, links. Hä? 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 Was, was? W-w-w-was? Watt ist das denn jetzt? Watt sie, was ist das? Watt... Hä? Grafst nicht. Ich glaub's nicht. Ich pack mal kurz mit'n Messer hin und... So, kann ich das jetzt hier nehmen? Oh, guck mal hier. Oh, schön, ich lieb' jetzt mal. Ähm. Ähm. Na gut. Ja, ne? Ist, äh... Also, ist tatsächlich wirklich sehr, sehr schwierig, äh... Da jetzt nicht irgendwelche Suggestionen loszutreten, von naja... Ja. Ist halt Wachs gießen. Ihr kennt's von Silvester. Ja. Packt mal hier hin. Packt mal hier hin. Packt mal hier hin. Oh, da jetzt... Oh, Gott. Ich will das weg haben hier. Also, ehrlich mal. So, was liegt denn hier noch dran? Was ist denn das? Äh? Scheiße, jetzt hier mal weg. Mach doch. Aber immer mal pflücken hier. Mach die jetzt hier. Nimmst du jetzt einfach alles weg. Okay. Okay, hab den grünen Daumen. Was ist denn? Und? Ich will das weg. Ah, okay. so weggesweißen jetzt mal weg gehauen ja, tauchen wir mal weg hmmm nochmal schön anmachen komm schon nochmal schön nochmal schön eine durchziehen schön nochmal hier hmmm das hat fein nicht Junge ja voll Junge ist das wieder nicht ist das ekehaft kannst du die denn da drinnen auch richtig ablegen ja sieht schon mal erstmal nicht schlecht aus hat er gut gemacht hat er ja aber ne, du als hätte er schon mal ihn erhocht so kann ich jetzt hier mach mal Licht aus jetzt ist er eigentlich hier mit diesem Stuhl das weiß ich auch noch nicht der hat das gleiche Muster wie hier und da ja aber auch der andere Stuhl hat ja auch das gleiche Muster wo du vorher saßt am Fernseher ja aber der ist halt so kann ich den Fernseher ausmachen ach der kleine Kevin flieg flieg kleiner Kevin jetzt fliegt er wirklich weg nein nein der kommt wieder zurück ach die Tür schnell zu mach zu der weg jetzt nicht wahr irgendwie den ganzen Abend irgendwie du liegst im Bett und irgendwo ganz weit im Flur ja das ist auch mal schön ja so ok alle klar also wir haben Schublade haben wir seen aber das ist ja eine Wied kritische Szene aber gut gucken mal gut guck mal hier schön mit Kippchen Kippchen anmachen draußen stehen und Augeschneiden oder irgendwas, ich weiß nicht Müssen wir draußen stehen mit dem Schleifdingens oder ohne? Nö, er hat ja drinnen geschliffen so sieht es aus, er ist ja einfach rausgekommen Ich möchte dich nicht sehen, das ist echt widerlich Drinnen geschliffen mit Kippe und mit Kippe raus Probieren wir es Pack es mal kurz hin Na, wirst du wohl, nimm die Zigarette Okay Und schmeiß sie wieder weg Oh nein, Kevin, nein Kevin ist back Kevin ist back So, wir machen nochmal anderes Ding Schwuppidi-Schwupp So, so Nachbarn ist aber auch nie so doll hier heute, wa? Irgendwie, Freunde Irgendwo, alter, wat? Ich hab jetzt nichts gedrückt So, okay, alles klar Kann ich Nee, kann ich das Messer nicht nehmen Okay Warum schmeißt du den in die Kippe? Okay Okay Okay, okay Okay, okay Okay, okay Nein, nein, bitte nicht Bitte sag mir nicht, dass wir das jetzt tun müssen Oh, bitte nicht Oh, bitte nicht Oh, ein Schlafzimmer hin Wunderschönen Schlafgemach Okay Wirst du dich jetzt, wirst du dich jetzt gerade hinlegen? Oder? Wollt mal ein bisschen Bubu machen, ja? Einfach mal kurz ein bisschen hinlegen, ein bisschen pennen Auch so ein Mega-Bild einfach neben Bett stehen Na, vor allem halt so mit dem Sound Hm Ja, und mit der Bewegung Alter, das ist ein feter Fernsehhümmer Das ist ein feter 70-Zolle Was? Hahaha Und nun? Wien Das Ende Okay Es war ein Was? 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 Ah, schau mal Guck mal Ach, die Sachen, die man alle hätte machen können Oder was? Scheint so War man nicht gemacht? Ja, okay Cool Nice Ja, lieben Das war der Tender Cut Ähm Hat er irgendwie ein bisschen was versautet Aber Unwohl erabsichtigt Also wenn ihr da nichts drin seht Cool Alle weiteren Lassen halt einen Daumen nach oben da Hahaha Ihr Lieben Wenn es euch gefallen hat Wie gesagt Lasst einen Daumen nach oben da Ansonsten sehen wir uns denn Beim nächsten Wachsgießen wieder Bis dann Ciao Tschüss.